Polizei, aufmachen. Woher weiß ich, dass Sie Polizei sind? Wenn ich Sie durch die Tür erschossen habe, sehen Sie es an der Kugel. Machen Sie auf. Mel Gibson, Danny Glover. Hey, das packen wir. Wir sind spitze. Ein schwarz aus dem Spinner. Hey, Mann, was? Hey, 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 hört mal. Wäre es nicht besser, wenn ich auch eine Knarre kriege? Nein. Erleben Sie knallharte Action. Es wundert mich, dass Sie noch nichts von mir gehört haben. Ich habe einen miesen Ruf. Manchmal drehe ich nämlich durch, so wie jetzt. Denn die Profis sind wieder zusammen. Nicht das Fenster, Martin! Bist du okay, Mann? Ja, ich bin okay. Wo warst du? Du bist doch mein Partner. Warum bist du nicht nachgekommen? Sie halten meinen Mund, ich war oben im siebten Stock. Brennpunkt L.A. Ine, mene, muh. Und raus bist du! Gute Polizeiarbeit, Officer. Komm mit. Nein. Wir gehen zu mir. Ich werde sogar kochen. Du hast Glück. Und ich muss das aushalten. Brennpunkt L.A. Diesmal lassen Sie sich nicht verscheißen. Geh runter von mir. Ich will nicht, dass uns jemand so sieht. Don. Untertitelung des ZDF für funk, 2017